Was ist das? Mit dem Zeug füttert er sie. Ah, das war die Sache. Sie ist tot hin. Scheiße. Okay, das hätte man wissen können. Ich denke mal, da kommt der Hund entgegen. Scheiße. Bärenfalle öffnen. Finger amputieren. Nee, Finger amputieren. Bärenfalle öffnen natürlich. Da haben wir ja den Toten gesehen, dass es möglich ist. Bärenfalle öffnen. Das Toten hat gesagt, es geht. Das Toten hat gesagt, es geht. Das Toten hat gesagt, es geht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Danke, danke, danke. Danke Gott. Und trotzdem kommt da jetzt wahrscheinlich gleich der Hund an, oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Unterdienst-Effekt-Aktualisierung. Puh. Okay. Warum hast du da überhaupt drangeguckt? Nee, von da sind wir gekommen. Wo kam denn jetzt dieser Schatten her? Der kam doch von hier bestimmt, oder? Auf jeden Fall sind hier noch zwei Sachen, die man angucken kann. Oh, ja. Seltsamer Schädel. Warum? Da ist eine Tür. Und da sind Schränke. Oder sind das die Verbrennungskammern? Oder die Totenschränke sozusagen. Ja, da liegt auf jeden Fall irgendwas drin. Scheiße, ist das krank. Wirklich krank. Oh, eine Ratte. Ein schönes Zuhause für eine Ratte. Ein Chapellausweis. Sehr gut. Mit dem kommen wir auf jeden Fall... ...später... Ähm... ...mit dem kommen wir also auf jeden Fall... ...später... ...durch die Tür oben. Und da sehe ich wieder einen Brief oder sowas liegen. Und eine leere Bahre. Ich schaue mir jetzt erstmal den Brief an. Totenschein. Name der verstorbenen Person Sarah Smith. Sterbedatum. 24. Februar 1952. Ich erinnere mich, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Todesursache. Schwere Fleischwunde am Unterleib. Intraabdominale Verletzungen. Hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen vorbeigeführt wurde. Gewalt. Bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord. Art der Verletzung. Fleischwunde durch scharfes Werkzeug. Womöglich Fingernägel. Äh... ja... Zusätzliche Anmerkungen. Bitte das Feld auf der Rückseite für relevante Informationen ausfüllen. Gezeichnet Dr. N. Bowen. Adresse Blackwood Sanatorium. 24. Februar 1952. Zusätzliche Anmerkungen. Die Leiche wurde erst sechs bis acht Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Ja, in dem Video eben hier, Vergangenheit und so, kam ja auch eben sowas wie, ähm... mit Essen, Fleisch, Essen und so. Okay, das wäre das. Interessant, was man hier nicht alles findet im Sanatorium. Und eine weitere Tür. Mit einer weiteren Bahre. Da ist auch irgendwas drauf. Ein männlich oder ein Kopf oder irgendwas. Medizinisches Notfalletikett. Name Nikolas Bowen. Oh wei, das ist der Doktor. Etikettdatum. 24. Februar 1952. Angriff durch Insassen. Tödliche Fleischwunde am Hals. Oh mein Gott, wurde der Doktor umgebracht. Krass. Okay, da ist die Chapel. Kannst du die jetzt wieder mitnehmen? Ich wollte schon sagen, nimm sie doch bitte mit. Weiter geht's. Kannst du die Tür schließen? Nein. Wo sind wir denn jetzt? In der Kapelle. Aber hier geht's nach oben. Nun denn. War da was? Nö. Da ist nur Schatten. Da ist nur Schatten. Wo ist der Hund? Die haben wir nicht gesehen haben. Aber einen Toten hat man aber auch noch gesehen. Okay, da hinten läuft irgendwer Exit oder was steht da? Okay. Wow. Schauen wir nochmal rein. Oh, ja. Okay, der ist auf jeden Fall durch die Kapelle rausgegangen. Wo sind wir denn hier? Achso, da geht's in die Kapelle runter. Anscheinend. Oh. Okay. Weder hier. Na gut. Aber diesmal können wir da ja durch. Und rein mit dir. Eben waren noch zwei Hündchen da. Das weißt du schon. Weiß genau. Hä? Was? Achso. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ich hätte mich bewegen müssen. Kaspar. Kaspar. Ich kannte das Symbol nicht. Tut mir leid. Ja, Kaspar. Status Update. Ja, okay. Ähm. Schmetterlingseffekt da. Zu welchem Preis? Mike hatte keine brauchbare Machete mehr, okay, weil er sich aus der Bärenfalle befreit hat. Ja. Der beste Freund des Menschen. Mike hat den Wolf nicht getreten. Ah. Man hätte ihn treten können. Das wollte ich natürlich nicht. Vielleicht war das das Symbol anzugreifen. Diese Faust. Denke ich mal zumindest. Okay. Hier ist wieder eine Jacke. Du willst nicht die Jacke jetzt... Ist das nicht die Jacke von dem Psycho? Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Er hat eine Waffe. Super! Gut! Ist die denn noch voll? Guck doch mal rein. Mag er nicht. Wow. Okay, super. Mike hat wieder eine Waffe. Und was haben wir da? Eine Karte. Ausschnitte. Okay. Okay. Hier hat sich also irgendwer eine Karte mit irgendwelchen Hinweisen zurechtgelegt. Da liegt auch wieder was. Zigarre. Er raucht also. Zigarre. Zigarrenkäste. Ja, hat sich auf jeden Fall wunderhübsch hier eingerichtet. Ich denke nicht, dass er abends rumliegt. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Die Kiste blinkt auf oben auf dem Podest. Auf dem Altar oder was das hier ist. Und aufmachen. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Oh ja, sieht mir nach Knochen aus. Ja, super. Dann werde ich das jetzt dem Wolf geben. Na, wo bist du denn, Liebelein? Vielleicht mag der Wolf mich dann ja. Wie gesagt, das hat dir das Totem vorausgesagt. Daher gehe ich schon davon aus. Ja, gib's ihm doch. Alles gut. Gut. Ruhig. So ist es brav. Sehr schön. Ja, super. Statusupdate. Was ist denn jetzt das Ziel? Finde einen Weg, das Tor zu öffnen und dem geheimnisvollen Mann zu folgen. Na gut, dann also durch die Tür da hinten. Nicht, dass die aber zu ist. Hat sich ja schon fast so angehört jetzt. Da ist auf jeden Fall Exit. Ah, okay. Gut, damit wird das erledigt. Weiter geht's also. Da ist ein Durchgang, oder? Hier ist die Kapelle, oder? Da geht es runter. Ich schaue mich aber erstmal oben hier um. Da ist zum Beispiel wieder ein Totem, vermute ich mal. Jawoll. Jawoll. Und zwar ein... Was ist denn für ein Totem? Feuer. Todes-Totem. Feuer. Ist das nicht das... Ne, das ist es schon mal nicht. Da ist noch ein neues. Ich weiß doch gar nicht, was diese Totems alle wollen. Oder sollen. Hier scheint nichts weiter zu sein. Ne, da ist nichts weiter. Also wieder. Was heißt wieder? Also hier runter. Mal sehen, wie es weitergeht. Ob wir dem unheimlichen Mann folgen können. Der wird das so bestimmt mitbekommen haben, dass wir hinter ihm her sind, oder? Wo sind wir denn hier? Wieder in einem Keller. Ja, irgendwie schon kellermäßig unterwegs, ja. Aber hier ist nichts. Schade. Naja, kann ja nicht überall wo was sein. Okay, hier geht es nicht weiter. Da ist da hinten also wieder ein Gitter. Natürlich. So. Ja, war doch klar. Was hast du denn da jetzt hier? Achso. Jetzt. Oh wei. Es war so klar. Hätte ich mir noch vorher schon denken können. Flamable Liquid. Vermute mal. Scheiße. Hält dich, Mike. Okay. Und irgendein komischer Typ. Hey. Es ist verschlossen. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. Ja. Okay. Okay. Matt und Emily holen Hilfe. Ich vermute mal einfach, dass die jetzt mit der Seilbahn wieder runterfahren wollen. Nein. Welch grandiose Idee. Ich kann mich schon vorstellen, dass das nicht funktionieren wird. Ein weiteres Totem. Hatte ich das nicht schon? Au. Okay. Matt. Fällt irgendwo runter. Ich hoffe mal, dass man das verhindern kann. Krass. Matt hat seinen eigenen Tod gefunden. Na gut. Versuchen wir jetzt erstmal. Wieder. Eine Axt. Eine Axt. In der Tür drin. Ja, super. Hinweis entdeckt. Eine Axt. Das ist doch bestimmt die, die verloren gegangen ist. Eine Axt. Die in der Tür der Seilbahnstation steckt. Die war vorher ganz sicher nicht da. Ja, ganz sicher. Eine Karte des Bergs mit sichtlichen, kurzen Fällen verschollener Personen mit Daten. Sieht aus wie das Werk eines Besessenen. Die Zigaretten. Eine Zigarrenkiste. Ein Update. Matt und Emily haben die Axt in der Seilbahnstation gefunden. Genau. Die außen an der Lodge war. Oh, was jetzt? Hier ist zu Matt. Brich die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Keine Ahnung. Vielleicht... Da. Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals dadurch, du Schank. Emily hindurchhelfen, Tür aufbrechen. Ähm... Natürlich Emily hindurchhelfen. Ich passe nicht durch, aber du!